jo leute ich bin jetzt live auf twitch wir werden so ein bisschen darüber reden über diesen strike was so noch passiert ob ich schon irgendwelche informationen bekommen habe ja das werden wir dort besprechen kommt gerne vorbei wird mich riesig freuen und ich bedanke mich erstmal vielmals für eure unterstützung wirklich unfassbaren seien wie krass jemand hinter mir steht und ja klickt einfach auf den link in der beschreibung und dann lasst uns noch ein nice stream haben und schönen abend haben kurz